Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 4.5.2021. Unser Mietze-Kätzchen, was wir gestern als Titelbild hatten. Das wollte man zum Montag, nun dem Monatsauftakt geschuldet, eben nicht in die Tiefe rauschen lassen. Nein, man hat sich ins Flugzeug gesetzt, in Helikopter, so richtig glücklich ins Mietze-Kätzchen. Nicht, aber man hat sich viel Mühe gegeben, das hier in Szene zu setzen, so dass das aussieht, als würde das Mietze-Kätzchen oben raus. So, was haben wir jetzt gekonnt? Eigentlich so richtig gar nichts halt. Wir stehen auf dem gleichen Niveau, wo wir schon vor vielen Tagen standen, haben unten da ganz schön rumgeschrammt, haben natürlich auch jetzt der Abwärtsbewegung richtig Fahrt rausgenommen, also das ist schon mega hässlich. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, dass das jetzt hier noch ein Teil von dieser Bewegung sein sollte, aber man weiß nie oder man sollte niemals nie sagen. Wenn ich das jetzt so sehe, würde ich fast sogar sagen, der gönnt sich hier noch einen hoch. Wir haben ja hier kein tieferes Tief gesehen, das hat er die ganze Zeit verweigert. Sprich, dass das noch gar nicht gestartet ist, das wäre theoretisch denkbar, wenn er sich hier nochmal einen hoch gönnt und dann versucht anzulaufen, dann wäre das jetzt hier einfach eine ausgedehnte Korrektur gewesen. Es ist aber, brauchen wir nicht drüber reden, es ist nicht schön. Also schön ist das auf keinen Fall. Faktisch haben wir aber fast sowas wie eine SKS-Formation von der Wirkung her, von der psychologischen Wirkung her. Man kann es ja nicht eindeutig zeichnen. Man wird sie auch nicht, man wird auch keinen Musterkötischen Poch hinkriegen, aber wir haben schon dieses markante Verhalten, was ja in der SKS ausbildet, dass der Markt hier aus einer schönen Steigerung rausgekommen ist, hat eine Spitze ausgebildet, ist dann zurückgekommen. Das ist dann quasi die Nackenlinie, die sich ausgebildet hat, eine Unterstützung, die entstanden ist. Er hat ein neues Hoch gemacht und wurde von dem neuen Hoch aber wieder bis zu dieser Nackenlinie eben, ein kleines Stückchen tiefer noch, aber bis zu dieser Nackenlinie wieder zurück und ist dort erstmal nicht weitergekommen, wurde stabilisiert, tut sich aber jetzt schon mörderlich schwer auf der Höhe dieser ersten Spitze, ohne dass ein neues Hoch überhaupt erst mal erreicht wird. Er wird schon auf dieser Spitze unheimlich weggedrückt und das zeigt, dass so ein bisschen die Zuversicht an diese Trendfortsetzung eben nicht da ist und so. Das ist ja das, was hinter einer SKS-Formation steht und ist ohne Frage eine potthässliche als die hässlichste wahrscheinlich, die man haben kann, aber so rein von der psychologischen Marktteilnehmerwirkung, die hinter einer SKS steht, ist das was halt. Es ist Muster gültig. Man kann es nicht mit Linien schön ziehen, aber von der Psychologie dahinter ist genau das eigentlich das, was hinter einer SKS steht. Und von daher, ich würde die Linien hier unten sind für mich weiter Fokus. Das heißt, egal wann oder wie er sich hier irgendwie aus dieser Range löst und wenn er dazu sagen muss, Deutschland hat plötzlich 100% Impfstofflieferung bekommen, keine Ahnung. Wir können nun doch schon innerhalb der nächsten zwei Wochen alle 100% in Deutschland impfen, weil, keine Ahnung, irgendwo sind irgendwelche Pakete aufgetaucht, die man jetzt noch verwenden kann. Und plötzlich gehen alle Long rein, weil sie denken, das muss ja jetzt steigen und das Ding macht nach unten. Also, was ich sagen will, die Nachrichten, die sind mir in dem Moment scheißegal. Wenn der hier unten rausgeht, glaube ich, kann diese Wirkung, dieses Top-Bildungsmusters, was es dann ja wäre, kommen. Aber es ist wie gestern und da kann ich mir auch den Mundfuss nicht reden. Der muss halt auch unten einfach raus. Es bringt nichts, hier in der Seitwärts-Range rumzustottern. Das ist kein Punktgewinn. Das ist auch nicht stark. Das ist auch nicht schwach. Das ist einfach Seite. Das ist einfach nur seitwärts halt. Das ist Range. Und in der Range ist wichtig, wann brechen die Kanten auf. Und das haben wir unten eben nicht gesehen zum Montag. Ich hätte es mir gewünscht. Ich hätte es auch sogar tatsächlich favorisiert, wirklich. Ich habe den eher unten raus gesehen. Das muss ich ganz klar so sagen. Eher, dass der hier unten raus sieht. Aber wir haben das immer wieder gesagt. Der muss halt auch da runter durch. Wenn er das nicht tut, haben wir gesagt, ne? Wenn das nicht gut und er tut wieder 1,50, 1,80, dann wird er wahrscheinlich auch hier wieder hochziehen. Ne? Und vielleicht auch nochmal eine 2,30, 2,70 sich gönnen. So. Und Pupp hat er gemacht. Ne? Und so ist es. Das ist einfach Range noch. Wir sind noch in der Range. Wir haben dann nicht das Go bekommen nach unten. Er scheut sich wie ein Dreckvieh hier. Wie ein Dreckvieh scheut sich da unten aus. Ne? Also auch wenn das nicht stimmig wäre, wenn er jetzt hier fällt. Mir wäre trotzdem wichtig, wenn der Bereich unten fällt, ist es für mich ein prozügliches Schurtsignal sogar. Weil hier eben Marktteilnehmer anfangen, müssen sich abzusichern. Am Montag musste sich keiner absichern. Warum? Warum? Aber er hat ordentlich nach unten weggetreten. Habt ihr gesehen, ne? Der hat nach oben angeschlagen. Ist nach oben gut angelaufen, dynamisch. Und der wurde richtig verhauen. Und das ist ja das, was in so einer SKS eben passiert. Ja? Die Marktteilnehmer kommen plötzlich. Marktteilnehmer davor. Plötzlich nicht mehr glauben, dass man dieses Hoch nochmal sieht. Also drücken die ihre Position schon wieder in dem Bereich der letzten Markkanpunkte, was dann eben sowas ist, wieder nach unten weg. Ist hier nicht ganz gewesen, aber die 2,70 ist ja etwa hier so eine Spitze gewesen. Ne? Es ist jetzt so eine kleine Topzone. Ne, 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 ja, Akkumulationszone, könnte man sogar letztendlich sagen halt. Ne? Mit dem Unterschied, dass hier halt wirklich einer nach unten wegdrückt. Immer wieder. Zwischen 2,70 und 3,35. Äh, 3,35. Immer wieder. Das heißt, solange der hier immer wieder nach unten schiebt, bleibt das erstmal seitwärts. Solange die Jungs hier unten immer wieder hochkaufen, bleibt das seitwärts. Fällt aber irgendwann mal unten die Marke. Sind die Jungs, die hier alle immer wieder das Ding hochgezogen haben. Komplette Minus. So, und dann kriegen die Druck. Die müssen also die Position raus, drehen sich und so weiter. Dann kann hier Druck aufbauen. Auf der Oberseite aber natürlich genauso. Der Typ, der hier die ganze Zeit bei 2,70, zwei, äh, 15,300 verkauft hat. Ähm, oder die Gruppierung oder wer auch immer, ne? Es kann uns egal sein. Wir bewerten den Chart. Wir wissen ja auch nicht, wer dahinter steht. Ob das eine Multimilliardär in Mexiko ist, oder ob das eine Großbank aus Amerika ist. Das kann uns scheißegal sein. Uns geht's um die Kerzen. Denn die verraten uns, was hier passiert. Und die können wir werten. Und das ist halt die Charttechnik. Das Schöne, ne? Das kombinieren wir noch ein bisschen, indem wir rechts und links die Leute beobachten. Da war heute nicht viel zu beobachten. Die waren alle relativ ruhig gewesen, außer wo es dann schnell wurde. Naja, aber Punkt. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist, wenn da oben rausgeht, kommt derjenige, der verkauft hat unter Druck. Und wenn er unten rausgeht, der gekauft hat. Und das hier richtig, was hinterher geschoben wird, das sieht man. Das sieht man, das sieht ein Blinder mit Krückstock hier. Wenn du hier deinen Finger auf die Kerzen hältst und die sind dunkel und sind hell, dann siehst du als Blinder, dann siehst du als Blinder, dass hier gut was über die Theke geht. Da muss ich nicht mal ins Volumen reingucken halt. Das merkt man. So. Fakt ist, also was will ich euch sagen, wenn der sich hier langsam aus dieser Spanne rauslässt, kann es durchaus sein, dass der sich erst mal richtig entlädt. Dass das wirklich ein paar Punkte geht. Und gerade so ein Tag, wie wir ihn jetzt zum Montag gesehen haben, die sieht man häufig. Das sind so typische Tage, wo Leute, die ohne Stopp lost traden, sich so richtig auf die Schulter klopfen und so sagen, was erzählen die immer alle halt. Es funktioniert super. Guck dir die Idioten alle an, die sind alle nur ausgestopft worden. Ich habe hier richtig gute Gewinne halt. So ist es. Dann werden die sicherer und so weiter und so fort. Die anderen, die eben mit Stopp arbeiten, überlegen sich vielleicht, naja, vielleicht mache ich das auch anders. So fangen immer wieder Bewegungen an, die wirklich mal 500, 1500 Punkte am Stück dann gehen. Und von daher würde ich langsam schon wirklich verstärkt eben auf einen Rangebruch gucken. Erfahrungsgemäß, wenn ich das sage, kommt immer noch mal ein Fehlausbruch. Es ist einfach so. Wir haben so viele Videos, wo wir solche Tage beobachtet haben und dann gesagt haben, hier kommt langsam ein Rangeausbruch, dann kam noch mal oben Fehlausbruch, unten Fehlausbruch, dann ging es oben raus oder andersrum. Also nicht zu sicher sein in dem Moment, wo es rausgeht, aber grundsätzlich ist es. Wir haben einen erhöhten Wahrscheinlichkeitsverteil in dem Moment, wo der oben oder unten eben rauswandert. Und wenn ihr dann da noch ein paar schöne grüne Kerzen seht, ihr seht einen kleinen Rücklauf, der dreht wieder auf oben. Oder ihr seht unten raus schöne rote Kerzen und er macht einen kleinen Rücklauf und dreht dann wieder runter. Das sind dann die Momente, wo auch ich dann einfach reingehen würde. Denn einfach mithalten, nicht dagegenstellen wie die anderen. Nicht das machen, was dann 80 Prozent der Marktteilnehmer machen. Schön mitgehen. Solange wir aber hier in der Range stehen, Punkt aus, kann man das Video dazu machen. Die Marken kennt ihr alle, 270, 230, 180, 150, könnt ihr am Schlaf aufsagen, 35, 335, die 13300, 15300, 1535, 15350, das muss alles weg. Ansonsten spielt ihr zwischen den Marken einfach die ganze Zeit Tennis hin und her. Das macht er, Pingpong, die ganze Zeit hin und her. So wie jetzt ja eigentlich letztendlich auch am Montag hier. Aber frische Signale bekommen wir erstmal raus. Gut, also ich mach dann hier zu. Ich wünsche euch Spaß. Ähm, ja. Erfolgreichen Dienstag. Kann man nur sagen. Also wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.